Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der KTM Thüringen. Wir machen gerade den Wald nieder. Wir haben Portenkäferplage oder Holz zu viel. Aussuchen, ob besser ist. Ich bin schon immer wieder. Wunderschön! 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 Wir brauchen jetzt noch einen Weg. weniger. Fünf Teile zerlegt. Aber wir finden hier einen Bunker. Im Wald haben wir mich gerne einen Bunker aufgehoben. Getarnt. Tarnt jemand. Immer nach vorne ist egal. Schönes grünes Tannenholz. Tannengrün. Wenn Weihnachten wäre ich da, kommen wir erstmal nach Hause. Ja, das ist doch jetzt noch alleine oben. Da muss ich entscheiden, oder? Nächste. Und wieder immer weniger. Soweit. Jetzt bin ich recht die Wechnung gefallen. So. Den Seffnir noch drücken aufschneiden. Passt die Ideen aufhängen. Oh. Oh, die Wachstuhl ist da. Finger fix. Wird wahrscheinlich auch die anderen Felder gewachsen sein. Schauen wir mal gleich. Schauen wir mal zurück zum anderen Feld. Das ist der Schnellzug. So, hier. Nee, 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 da. C. Unkaufsäglichkeit. Wachstum. Kommen wir hier in der Übersicht gerade. Röldfrüchte, ist klar. Unkelgrün, eine Stufe weiter schon. Also gedüngt ist es einmal. Das heißt auf Deutsch, Unkraut ist weg. Bis aber den Rest hat auch noch ein Leben. Dass der Kalk hier nicht gemacht wurde, so blöd. Das macht auch nichts. Da wächst auch so nichts. Also jetzt, wenn wir mal zurückfahren. Das holen Düngerstreuer. Was wir mal löschen. So. Düngerstreuer holen. Geht schon. Düngerstreuer. Düngerstreuer. Oh. 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 Ich habe jetzt zwei Folgen gemacht. Ich hab jetzt die ersten beiden. Ja. Gestern. So. Ich hab's jetzt nicht genau. Oh. Ich war zu müde, keine Ahnung. Ich muss dann den Jüngersteuer holen. Dann können wir... Hier kommt mehr Gras. Aber das macht nichts. Beim nächsten Mal ist es eher entsprechend anders. Dann ist es eher richtig so. Dann kommt hier genau, wie es sein wird. Dann sehen wir aus. Dann ist es genau richtig. Wir können auch da einstellen, was ich mache. Das ist egal. So. Wie voll ist der? Boah, da fahren wir hin. Dann einen großen Armjahr zum voll machen. Dann bauen wir es ja weg. Boah, den fand ich ja müde. Ja, nichts fürs Kreuz hier, ne? Hat geschaukelt hier. Ja. Ach, ne. Freut mich nicht an. Kann ich euch schon sagen. Wir haben wohl früher schon gewusst. Halb vier. Auf den Knie. Auf den Knie. Ne. Ja. Ich bin da gefragt, dass mir ein Ton ist. Mal ein bisschen lauter. Das täuscht. Ich kann auch mit dem. Mit dem noch weniger. Nur Rückkopplung. So. Jetzt. Nehmen wir mal. Jünger Kurs. Kurs genau, ja. 60. 20. 20. Da können wir weit nehmen. Und der den Schlumber hat. Hängt fest. Zurück. Dann kommt noch ein Kurs dazu. Dann kommt noch ein Kurs dazu. Ich glaube nicht, wie fertig er überhaupt raus hat. 65. Ernte. 65. Früh. Früh. Karten. Hörführer. 65. Dazu. Macht er ganz gut. Schauen wir mal rein. Und auch dunkelblau wird. Ich glaube schon. Ja. Dunkelblau. Genau. Erst wird's lang in der Nacht, ne. Aber ja. Wenn wir mal düngen. Düngen ist richtig. Arbeitslicht. Wir haben Arbeitslicht. So. Nach vorne oder seitlich nehmen, dass man das sehen kann. Ab geht er die Post. Ja. Ach. Jetzt verscheu ich noch mal gut. 17. Ich bin besser gefahren. Ja. Du, ich das wollte. Und ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Wollen wir heute noch fertig machen? Dann kann ich. Ja. Ich will gerade morgen. Gibt's nur. Rechts nur noch das. Verarbeiten. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, kann ich ja auch machen. Da reicht nicht noch Zeit. Hier ein Affenmarsch. Das Pidium Co. Da wird man auch schafft. Verarbeiten. Oha. Soll ich verhaule nicht mehr. Mal hinten. Verlaut die Richtung. Genau links. Ja. 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 eine Be Ю viendo. Kapieren. Ja. - W Longhorn. Kann票vin? Hiya. Hey. Heyy! Heyy. I must hold it down RIP 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020